Lineare Abhängigkeit von Vektoren. Wir haben zwei Vektoren, Vektor A und Vektor B. Wir möchten feststellen, ob die Vektoren linear abhängig oder unabhängig sind. Also zwei Vektoren sind linear abhängig, linear abhängig, wenn ein Vektor ein Vielfaches des anderen ist. Das heißt, A ist ein Vielfaches von B. Dann kontrollieren wir, überprüfen wir, ob A ein Vielfaches von B ist. Also A, 2 minus 4 und 5 ist gleich K mal 1 minus 2 und 2,5. Daraus folgt, 2 ist gleich K mal 1 oder 1 mal K. Also 2 ist gleich 1 mal K, also schreibe ich einfach K. Minus 4 ist gleich minus 2 mal K. 2 mal K. Also wenn ich hier durch minus 2 teile, durch minus 2, daraus folgt, schreibe ich hier, K ist gleich 2. Aus der ersten Gleichung, K ist gleich 2. Aus der zweiten, K ist gleich 2. Und da haben wir 5 gleich 2,5 mal K. Also, wenn ich durch 2,5 teile, bekomme ich K ist gleich 2. Also ein Vektor ist ein Vielfaches des anderen, das heißt, die Vektoren sind linear abhängig. Linear abhängig bedeutet, wenn es sich um zwei Vektoren handelt, bedeutet die Vektoren, dass die Vektoren im Raum parallel aufeinander stehen oder parallel zueinander verlaufen. Das heißt, Vektor A und Vektor B verlaufen parallel zueinander. Einmal B, B ist, A ist länger. So, verlaufen parallel, das heißt, linear abhängig. Okay, sind diese zwei Vektoren linear abhängig oder nicht? A und B. Nein, in diesem Fall sind sie nicht linear abhängig, da sie nicht parallel zueinander verlaufen. Gut. Und auch im zweidimensionalen Raum, sagen wir mal, A ist gleich 2,1 B ist gleich 3,1 Sind diese beiden Vektoren linear abhängig oder nicht? Also, 2,1 gleich k mal 3 minus 1 Daraus folgt 2 ist gleich 3 mal k also k ist gleich 2 Drittel und aus den aus der zweiten Gleichung da 1 ist gleich minus k also k ist gleich minus 1 Das heißt, diese zwei Vektoren sind nicht linear abhängig, also sie sind linear unabhängig Das heißt, sie verlaufen nicht parallel zueinander A, 2 und 1 sagen wir mal hier 2 1 2 und 1 sagen wir mal das ist A und B mit den Koordinaten 3 und minus 1 3 also 3 1,2,3 und minus 1 da Wie man sieht wir laufen diese Vektoren nicht parallel zueinander So, sagen wir mal A ist 2 und 1 und B ist 4 und 2 In diesem Fall 2,1 gleich k mal 4,2 also k ist gleich 1,5 Das heißt diese zwei Vektoren sind linear abhängig A und B und verlaufen parallel zueinander A, 2 und 1 2 und 1 und B ist gleich 4 und 2 mit den Koordinaten 4 also 4 und 2 So die sind parallel da die Vektoren ortsunabhängig sind den gelben Vektor kann ich woanders im Raum zeichnen und die der andere kann zum Beispiel auch da sein Wie gehe ich vor wenn ich drei Vektoren habe Hier habe ich zwei Vektoren gehabt und wenn ich drei Vektoren habe zum Beispiel A, B und noch ein Vektor dazu C mit den Koordinaten 0,1,2 Wie kann ich feststellen ob diese drei Vektoren A B und C linear abhängig oder unabhängig sind Dazu mache ich ein neues Video ein neues Video und ein neues Video und ein neues Video